hallo ich bin der robert ich hatte das glück vor einigen jahren das atelier frankfurt kennenlernen zu dürfen und bin seitdem ein großer freund dieser institution ich kenne mich in der frankfurter kunst und kulturszene ein bisschen aus und finde das atelier frankfurt ist ein extrem wichtiger bestandteil dieser und speziell in einer stadt wie frankfurt in der stadt der finanzen ist kunst und kultur ein wichtiger gegenpart und deshalb unterstütze ich persönlich das atelier frankfurt unterstütze die start next kampagne und würde mich sehr freuen wenn ihr mir das gleich tut unterstützt das atelier unterstützt die start next kampagne spendet vielen dank